Ich hab Robin kommen sehen und da hat er mir erzählt, dass er sich im Wald geprügelt hat. Das muss ein Irrtum sein. Doch, er war's. Michael! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Du zählst ein, du wärst ein Junge? Warum machst du sowas? Ich weiß, es ist nicht leicht, immer wieder umzuziehen. Du wirst sehen, es wird alles gut. Loh, komm aus der Wanne. Seid vorsichtig, Mädels. Bist du neu hier? Ich bin Lisa. Ich wohne hier. Michael. Mein Name ist Michael. Super gemacht. Du musst ein Kaugel wie Michael geben und er muss ihn weiterkauen. Na los, mach schon. Du bist nicht wie die anderen. 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 Du bist nicht wie die anderen.